Veneberg steht für die Werte Heimat, Qualität und Vertrauen. Die Veneberg-Metzgerei ist das Herzstück des Unternehmens. Das Fleisch, das von unseren Vertragslandwirten in der Region mit viel Herzblut erzeugt wird, trifft in unserer modernen Produktion auf Handwerkskunst und moderne Produktionstechnik. Dabei entstehen Fleisch und Wurstwaren von herausragender Qualität. Mein Name ist Christian Gareis. Ich leite bei Veneberg die Abteilung Produktionstechnik. Der Kunde hat natürlich die Erwartungen an einen Hersteller wie Veneberg, der für regionale und nachhaltig erzeugte Lebensmittel steht, dass sich das Thema Nachhaltigkeit auch bei der Verpackung fortsetzt. Seit Jahren schon befassen wir uns mit Verpackungen zum Thema Nachhaltigkeit. Da Ulmer Packaging, eines der führenden Unternehmen, alle Arten und Technologien von Verpackungsmaschinen herstellt, ist es uns möglich, den Markt stets objektiv zu betrachten und die Anforderungen der Nachhaltigkeit regelmäßig anzupassen. Was vor zwei Jahren noch Tiefzieher und Drehsiehler von Ulmer Packaging waren, sind heute mit großem Abstand die Flowpack-Technologien. Im Hackfleisch-Extruder wird das vorgewäufte Fleisch zu Portionen geformt und auf Länge geschnitten. Der Vorteil dieser Linie ist, dass wir hier keine Übergabestation oder 90-Grad-Kurven mehr haben, sondern das Hackfleisch in einer Linie produzieren können. Im Einlauf der Maschine wird über Formschultern aus einer Flachfolie der Schlauchbeutel geformt. Im Vergleich zu früheren Maschinen dauert hier der Formatwechsel nur wenige Minuten. Für die mitlaufenden Siegelstation werden die einzelnen Packungen gebildet. Wir haben hier die Möglichkeit, unterschiedlich lange Siegelzeiten einzustellen, weshalb wir eine hohe Maschinengängigkeit für verschiedene Steffolientypen generieren können. Mithilfe des Drucktanks können wir ein Vakuum erzeugen. Wenn keine Luftbläschen zu sehen sind, können wir zu 100% sicher sein, dass die Packungen dicht sind. Heute sind Kunststoffe in vielen Verpackungsbereichen quasi gar nicht mehr wegzudenken. Wer Verpackungsvolumen reduzieren möchte oder innovative Verpackungslösungen umsetzen möchte, der muss auch bereit sein, querzudenken. Unsere gemeinsame Mission sollte es sein, Verpackungsvolumen clever zu reduzieren. Dabei dürfen wir aber nicht aus den Augen verlieren, dass wir ein Handlungsprinzip Nachhaltigkeit verfolgen müssen. Denn das ist wichtig für uns aller Zukunft. Unsere Überprüfungen haben ergeben, dass keine Packungsart mehr Plastik sparen kann, flexibler auf neue recycelbare Materialien justierbar ist, mehr Transportvolumen sparen kann, wodurch natürlich CO2-Emissionen und Energieeffizienz stark verbessert werden können und zu alledem noch wesentlich wirtschaftlicher und gewinnbringender produziert werden kann als die Flowpack-Technologie. Wir sparen damit über 70 Prozent Kunststoffanteil ein. Diese 70 Prozent bedeuten für uns, dass wir pro Jahr 35,7 Tonnen weniger Kunststoff auf den Markt bringen. Diese Menge muss natürlich weniger produziert, transportiert, gelagert und recycelt werden. Wenn für uns früher 100 LKWs das Verpackungsmaterial angeliefert haben, reichen dazu heute nur noch sieben LKWs aus. Ulmer Packaging als Teil der Mondragon mit über 80.000 Mitarbeitern weltweit ist internationaler Ansprechpartner für die Industrie, genauso wie für unsere Kunden im handwerklichen Bereich, die regional tätig sind. Eine langfristige und kontinuierliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist nur möglich über Vertrauen und permanente Ansprechbarkeit. Mit Ulmer verbindet uns eine langjährige und gute Zusammenarbeit. Wir kennen die Maschinen sehr gut und haben Ulmer als zuverlässigen Partner kennengelernt. Gerade bei so einem wichtigen Projekt waren uns diese Eigenschaften sehr wichtig. Bei allen Bemühungen, die wir gemeinsam unternehmen, sind es natürlich letztendlich die Firmen wie Feneberg, die über Erfolg oder auch Misserfolg einer solchen innovativen Idee entscheiden. Musik Untertitelung des ZDF, 2020